Ich würde lieber sagen, dass mein Sohn im März geboren wurde. So habe ich in diesem Zeitpunkt angefangen. Es gibt mir etwas Besonderes gegen ihn. Er lacht viel mehr, er ist viel positiver und ich glaube, er fühlt sich hier auch viel, viel wohler. Der Mann ist im Tor! Tor! Donny Wallen! Donny Wallen! Donny Wallen! Jawoll! Da ist das Tor! Es war ein unglaublicher Gefühl. Ich glaube, es war nicht unser bestes Spiel, aber es war ein unglaublicher Gefühl. Es war ein Tor. Felix hatte es in der zweiten Position. Ich hatte das Gefühl, dass es da kommen könnte. Ich hatte das Tor. Dann habe ich das Tor. Es war ein bisschen Glück. Es ging über den Kopf. Es ging über den Kopf. Es war ein sehr guter Moment. Er hatte das Gefühl, dass du das Tor nicht so wie du wolltest. Nein, ich habe es nicht perfekt in der Mitte. Deshalb habe ich einen Bounce bekommen. Aber es war ein wichtiges Spiel. Jetzt hätte es ja eine Auswechslung geben sollen. Das war die von Donny Wallen. Du sitzt ja auch unten mit dabei. Es ging hin und her. Er war schon, glaube ich, draußen. Und dann ist er wieder zurück aufs Feld. Wie hast du das alles wahrgenommen da unten? Ja, es war in dem Moment ein bisschen hektisch. Weil Jamie eigentlich eingewechselt werden sollte für Donny Wallen. Aber Julian Rejason dann in dem Moment auch angezeigt hat, dass er Probleme hat und nicht mehr weiterspielen kann. Und in dem Moment war dann ein klein bisschen hektisch. Ich weiß nicht genau, was passiert ist. Aber ich glaube, dass jemand anderes eine Schmerz oder eine Schmerz hatte. Und am Ende hat der Trainer die Entscheidung, jemand anderes zu stoppen. Und dann musste ich auf dem Platz bleiben. Und am Ende war es ja auch gut, dass Donny auf dem Platz geblieben ist. Denn er genau war ja derjenige, der am Ende dieses Spiel gedreht hat. Und zeigt auch in welcher Form und in welcher Verfassung er steckt. Du hast 10 Goals in diesem Jahr, 2023. Nur, als ich schon erwähnt habe, Kolomuani hat 10 Goals. Warum sind die Dinge so gut für dich in diesem Jahr? Ich weiß nicht. Ich würde lieber sagen, dass mein Sonn im März geboren wurde. Und dann habe ich in diesem Zeitpunkt angefangen. Und das ergibt mich etwas Besonderes. Ich weiß nicht. Ich arbeite einfach sehr hart. Ich bleibe immer positiv und versuche, in den richtigen Spielen, in denen du gehen kannst. Ja, seine Entwicklung ist wirklich richtig gut. Es ist eigentlich genau dieser Sprung eingetreten, den wir uns jeher schon erhofft hatten, weil wir das Potenzial von Donny tagtäglich im Training gesehen haben. Es war natürlich auch ein Faustwand in der Verpflichtung. Und ich glaube, er hat ein bisschen Zeit gebraucht, um hier in Deutschland in der Bundesliga anzukommen, die Intensitäten auch zu spüren, um regelmäßig dann auch auf dem Platz zu stehen. Und er hat sich da in eine ganz neue Situation gebracht, gerade in 2023. Ich glaube, ich bin zwei Jahre hier. Es ist jetzt mein dritte Jahr. Ich habe viele gute und schlechte Dinge durchgeführt. Ich bin ein bisschen älter und habe mehr Erfahrung gemacht. Überall lernt man viel in vielen Jahren. Es gibt so viele Dinge, die ich sagen kann, was verändert. Aber im Endeffekt bin ich jetzt hier. Ich bin extrem glücklich, extrem scharf. Und ich bin bereit, zu gehen. Und ich denke, dass jeder in der Team ist. Und Tore helfen einem Stürmer natürlich unfassbar. Weil dieses Selbstvertrauen, das kann man sich nicht kaufen. Das muss man sich ja arbeiten. Und ich glaube, hat Donny einen riesen Schritt nach vorne gemacht. Er lacht viel mehr. Er ist viel positiver. Und ich glaube, er fühlt sich hier auch viel, viel wohler. Ich meine, wenn Dinge gut gehen, du wirst immer ein bisschen schreien. Aber wie ich gesagt habe, du lernst viel als eine Person. Du kommst in ein anderes Land, ein anderes Team, ein anderes Menschen. Du wirst aufpassen. Natürlich ist das nicht immer so einfach. Aber ich war dann schreit. Aber jetzt schreit ich ein bisschen mehr. Wenn du ein Spiel schreitst, dann kannst du den Klub und das Team helfen. Hast du endlich in BVB settled? Nein, nicht endlich. Ja, ich habe es recht gut gemacht. Aber ich fühle mich jetzt gerade gut. Es gibt viel von dir und der Team. Was sind deine Pläne für die nächste Saison? Personally und als Team? Ich denke, jeder weiß, wo wir letzte Jahr waren und wie close wir waren. Das ist sicher ein Ziel, das wir immer noch haben. Ich bin im Spiel für die Prozesse. Ich bin da nicht nur ein paar Minuten, sondern in der Ende des Jahres. Ich hoffe, ich werde es dieses Mal hier erreichen. Ich bin mir als Person. Ich denke, wir müssen die LINE gehen, wo ich jetzt bin. Ich werde es positiv sein. Ich werde es positiv sein. ich werde es schreiten, und ich werde es helfen. und ich denke, das ist es.